Was ist das, was du in der Bibliothek anstiegst? Also das war ja nun etwas ganz zufälliges, muss ich sagen. Mein erster Film war ein Diplomfilm der DEFA, des Studios Babelsberg. Und da habe ich einen Regisseur kennengelernt oder einen Diplom-Regisseur. Und zwar durch eine Faschings-Veranstaltung, in die mein Bruder mit mir gegangen ist. Und ein werdender Produzent oder Produktionsleiter hat uns beide gesehen. Wir haben wie die wilden Rock'n'Roll getanzt und konnten das auch sehr gut. Und da hat er mich gesehen und hat gesagt, komm doch mal bitte nach Babelsberg. Wir brauchen eine jugendliche Darstellerin für einen Diplomfilm. Und wir glauben, dass du diejenige bist. Und da bin ich auch hingefahren. Der Regisseur war Helmut Nitschke. Und ich habe mich vorstellen wollen, aber ich habe mich wie sehr oft verfahren. Ich bin zu spät gekommen, der Regisseur war schon weg. Aber wir haben uns dann in einer Leidensspielgruppe in Berlin getroffen, im Haus der deutsch-sovietischen Freundschaft. Und da wurde auch immer noch gesucht und da traf ich dann den Regisseur. Und da hat er gesagt, ob du die Hauptrolle kriegst, weiß ich nicht. Aber eine Rolle kriegst du auf jeden Fall. Und da habe ich auch eine kleine Rolle gekriegt, die Rolle der Rosi. Sorgenkinder hieß das, dieses kleine Werk. Und ja, dadurch habe ich den Film kennengelernt und den Regisseur kennengelernt. Und der hat dann ziemlich bald für mich eine Rolle geschrieben. In einem Film, der leider nie rauskam. Der kam dann sozusagen in den Giftschrank. Der hieß Wind von vorn. Und das war eine ganz tolle Begegnung mit Marianne Wünscher und mit Erwin Geschonek. Das waren sozusagen meine Filmpartner. Ja, dadurch bin ich also dann doch zum Film gekommen, obwohl ich erst mal Tischler gelernt habe. Ich habe also zwei Jahre Tischler, Facharbeiter gemacht und auch den Abschluss gemacht, weil ich eigentlich Innenarchitektin werden wollte. Und dazu musste man entweder Tischler oder Maurer oder Zimmermann werden. Da habe ich mich für Tischler entschieden. Und während dieser Lehre habe ich also dann diesen Film gedreht. Das war mein erster Hauptfilm. Aber der ist, wie gesagt, nie rausgekommen. Die Arbeiterklasse war nicht richtig dargestellt, meinte man im ZK. Aber der ist, wie gesagt, nie rausgekommen. Untertitelung des ZDF, 2020